Der neue Sampler in Logic 10.5 ist ein absolut leistungsstarkes Kraftpaket. Alles was du damit anstellen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Der neue Sampler löst den Asbach uralten EX S24 ab, der seit 2005 fast unverändert mit an Bord war. Bevor wir gleich in die Praxisbeispiele gehen, zeige ich dir erstmal die Oberfläche des neuen Samplers ganz genau, damit du die so schnell wie möglich zurecht findest. Fangen wir mal oben an hier beim ersten Tab. Als erstes geht es los mit Synthe und das ist von dem Alchemy Synthesizer geborgt. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, du kannst den Ton dann pitchen oder dein Sample pitchen und hast zwei Filter, die du einstellen oder koppeln kannst oder hintereinander schalten kannst und noch andere Einstellungen, die ich dir gleich genauer zeige. Dann geht es weiter mit der Modulationsmatrix. Das ist die Filtersektion und somit das letzte Überbleibsel des alten EX S24. Als nächstes kommen die Modulatoren. Hier kannst du zwischen fünf verschiedenen Envelopern auswählen und fünf verschiedene LFOs zuschalten. Sounddesign technisch kannst du hier also komplett durchdrehen. Dann geht es weiter mit dem Mapping. Hier managst du deine Samples und kannst verschiedene Zonen festlegen, wo dein Sample abgespielt werden und sie der Tastatur zu ordnen. Und ganz zum Schluss kommt die Zonenansicht. Hier ziehst du letztendlich deine Samples auch rein, kannst bestimmen, ob sie geloopt werden und kannst sie bearbeiten, so ähnlich wie im Quick Sampler. Wie bereits gesagt, das ist so eine Art Modulansicht und du kannst die Module, mit denen du gerade arbeitest, einfach zuschalten oder abschalten und kannst hier verschiedene Ansichten wählen, was sehr, sehr übersichtlich und sehr geschickt ist beim Arbeiten mit dem Sampler. Legen wir mal los mit dem ersten Praxisbeispiel. Ich möchte jetzt dieses Vocal Sample hier in den Sample laden. Den Sampler öffnest du als Softwareinstrument. Ich gehe hier runter und wähle Stereo und jetzt kann ich das Sample hier einfach reinziehen und habe verschiedene Möglichkeiten, entweder chromatisch oder optimiert. Optimiert ist so ähnlich wie beim Quick Sampler, wenn du nachher den Sound stark verformen möchtest. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier und wähle Zone per File aus. Ich droppe es hier, lasse es einfach reinfallen und was du jetzt siehst ist, dass er mir das Sample hier schon zugeordnet hat auf die Taste C1. Ich habe jetzt hier nur eine Taste, das ist aber kein Problem. Du kannst hier einfach ziehen und jetzt kann ich das hier über eine ganze Oktave nach links und nach rechts erweitern. Und jetzt kann ich auch schon dieses Sample automatisch abspielen. Und zwar in jeder Tonhöhe, die ich hier in dieser Zone ausgewählt habe. Was du jetzt hier siehst, ähnlich wie beim Quick Sampler auch ist, je höher das Sample wird, desto schneller wird es. Aber auch hier hast du die Möglichkeit, das zu verändern. Und zwar indem du hier in den FlexTime-Modus gehst, der hier mit eingebaut ist, glücklicherweise. Und wenn ich jetzt hier FlexTime auswähle, dann passiert das nicht mehr und er spielt mir die höheren Tonlagen auch in der gleichen Geschwindigkeit und wird nicht schneller. Du kannst jetzt hier wieder das Sample bearbeiten. Ich kann hier reingehen, das ein bisschen verkürzen. Und ich kann natürlich auch im Polyphon-Modus spielen. Das heißt, ich kann mehrstimmig spielen. Du hast hier unten natürlich noch wesentlich mehr Möglichkeiten, hier in dieser Waveform-Darstellung. Wir können uns jetzt zum Beispiel hier auch nur einen Ton raussuchen. Und wenn ich jetzt möchte, dass ich einen Loop habe, dann gehe ich hier unten auf Loop. Im Moment ist es kein Loop. Das heißt, er spielt nur so lang ab. Wenn ich jetzt loopen möchte, gehe ich auf Loop. Und der wäre jetzt zum Beispiel vorwärts. Aber du kannst verschiedene Loop-Modi natürlich auch wählen. Du kannst den Loop rückwärts laufen lassen. Oder du kannst ihn hin und her laufen lassen. Also vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und damit hast du schon viele Möglichkeiten, kreativ mit so einem Sample zu arbeiten. Und es geht wahnsinnig schnell, wie er diese Samples hier zuordnet. Weiter geht's zu Beispiel Nummer 2. Arbeiten wir hier mal mit einem Instrument. Und zwar habe ich hier verschiedene Samples oder Samples-Schnipsel. Die hören wir uns mal kurz an. Die haben alle eine unterschiedliche Tonhöhe. Wenn du jetzt mit dem alten EX-S24 ein Instrument anlegen wollen würdest, wäre das sehr, sehr umständlich, weil du müsstest jedes einzelne Sample einer Taste zuordnen und dann die Tonhöhe rausfinden und so weiter. Mit diesem Sampler, mit diesem neuen geht's ganz einfach. Und zwar kannst du hier einfach die Samples reinziehen, die Samples-Schnipsel. Er erkennt dir die Tonhöhe automatisch und ordnet sie schon richtig den Tasten zu und baut dir gleich ein Instrument daraus zusammen. Und zwar gehst du hier einfach rein, ziehst du die Samples hier rein. Ich gehe hier auf Zone Per File. Er rechnet mir jetzt kurz und importiert die ganze Sache. Und schon habe ich mein fertiges Instrument. Okay, also das ist ein Rekordtempo. Das ist natürlich wesentlich komfortabler. Und es ist natürlich echt krass, dass er dir die Tonhöhe direkt erkennt und dir das Instrument gleich direkt fertig macht. Also riesige Zeitersparnis hier. Es geht aber sogar noch schneller. Und zwar musst du den Sampler gar nicht öffnen, um hier so ein Instrument anzulegen, sondern du kannst diese Samples hier einfach schnappen. Ich nehme die jetzt hier. Du siehst, ich habe sie kopiert. Und du kannst sie hier direkt in dieses Fenster hier ablegen. Und das ist auch neu bei Logic 10.5. Bewege Region hier hin, um Instrumentenspuren zu erstellen. Und jetzt hast du hier dein Sampler-optimierte Map. Ich habe jetzt hier noch kein Instrument geöffnet. Und zack, macht er mir wieder das Gleiche. Legt mir das Instrument fertig an, ohne dass ich vorher den Sampler überhaupt öffnen musste. Das ist natürlich auch sehr cool und spart noch mal mehr Zeit. Schauen wir uns jetzt mal die Tonshaping-Möglichkeiten noch ein bisschen genauer an. Ich habe hier eine MIDI-Region. Auch die kann ich natürlich als Sample anlegen. Ich ziehe einfach hier wieder rein und nehme so ein Perfile in diesem Fall. Das ist jetzt so ein 80er FM-Piano. Genau. Das Mapping-Window brauche ich jetzt hier erstmal nicht mehr. Deswegen kann ich es hier ausschalten. Und ich habe jetzt hier das, was mich mehr interessiert in diesem Fall. Und das ist meine Modulations-Matrix. Fangen wir mal hier ganz oben an. Das ist wie schon erwähnt vom Alchemy-Sampler oder Synthesizer hier entnommen. Und das sind hier die ganz normalen Tonshaping-Möglichkeiten hier. Pitch und Fine-Pitch. Ich kann hier verschiedene Filter zuschalten. Und jetzt habe ich hier noch den zweiten Filter. Den kann ich auch noch zuschalten. Und wir können jetzt hier zum Beispiel auch mal einen anderen Filter nehmen. Zum Beispiel nehmen wir hier mal einen High-Pass-Filter. Um den zu hören, muss ich hier diese Weiche stellen. Ich erkläre dir gleich, um was es hier geht. Ich habe jetzt hier diese Weiche gestellt. Ich habe zwei LFO-Filter. Und ich kann jetzt hier dazwischen hin und her stellen. Das ist diese eine. Äh, nicht LFO-Filter. Diese Sound-Shape-Filter. Ich habe jetzt hier diese Seite. Die klingt so. Und diese Seite. Klingt alleine so. Jetzt kann ich hier diese beiden Seiten mischen. Zum einen. Oder ich kann sie hintereinander schalten. Das heißt, das Signal läuft erst hier durch und dann hier durch. Überspringen wir jetzt mal diese Modulations-Matrix. Die brauchen wir gleich. Und konzentrieren uns mal jetzt auf diese Modulators. Hier kannst du den Sound ganz normal bestimmen. Diese Envelope ist jetzt hier im Moment einfach. Hier kann ich meinen Ausklang bestimmen. A, D, S, R. Länger machen. Oder eben kürzer. Ja, ich lasse es mal länger jetzt. Und ich habe hier den Enveloper 2. Mit dem ich jetzt das gleiche, im Moment den gleichen Parameter festlege. Ich kann aber auch einen anderen Parameter festlegen. Und da kommt jetzt die Modulations-Matrix ins Spiel. Und zwar siehst du hier den Enveloper 2. Ja, Enveloper 2. Enveloper heißt es. Der kontrolliert den Cut-Off. Das kann ich jetzt hier festlegen. Den Amount. Also wie stark oder was genau hier passiert. Das ist bei dem Cut-Off jetzt hier nicht so spannend. Aber du kannst es dir grob so vorstellen, dass das Signal von hier, also hier ist die Source, die Quelle. Das ist Enveloper 2. Hier ist die Target. Das ist das Ziel. Meistens ist das der Effekt. Cut-Off, Pitch oder was auch immer. Und hier kannst du feststellen, was verändert wird. Ja, und in welcher Stärke diese Target, also der gewünschte Parameter, Pitch, Cut-Off und so weiter, verstellt wird. Wir nehmen jetzt hier mal, gerade habe ich viel von Pitch gesprochen, nehmen wir Pitch. Da hört man es auch sehr gut. Wir haben jetzt also hier Enveloper 2. Das ist die Source. Target ist der Effekt Pitch. Also verstimmen. Und hier kann ich festlegen, was genau verstimmt wird oder wie stark. In dem Fall jetzt über 173 Cent. Und jetzt kann ich das hier über den Enveloper 2 festlegen. Das funktioniert ganz gut, macht aber nicht so viel Sinn. Wesentlich spannender wird es jetzt, wenn wir als Quelle hier den LFO 1 festlegen. Dann wirst du es wesentlich besser hören und hier hast du verschiedene Waveformen. Pass mal auf, was passiert, wenn ich jetzt hier den Amount hochdrehe. Wir haben jetzt also LFO 1 als Sound Source. Dann die Target ist weiterhin der Pitch und der Amount ist auch gleich. Ich habe jetzt hier also den LFO 1 und du hörst jetzt, dass er hier durch diese Sägezahnwelle hier durchfährt, der Sound. Ich kann hier verschiedene auswählen. Ich kann auch eine Sägekurve oder ich kann es random machen, dass es relativ abgefahren wird. Genau, oder einfach verschiedene Wellenformen hier festlegen. Und ich kann auch diese Rate festlegen hier, also wie schnell er hin und her schwankt. Und ich kann die auch zünken hier zum Tempo. Das wären jetzt hier 120. Okay. Was wir noch machen können, was ganz spannend ist, sind diese Fades. Der Fade bestimmt, ab wann der Effekt einsetzt. Ich kann also bestimmen, dass er nicht ganz am Anfang einsetzt, sondern ich schlage den Ton an, dann hörst du noch nichts. Und ab, wir nehmen vielleicht mal eine andere Wellenform, und ab, erst ab hier setzt dann diese Sägezahntiger ein, würde ich schon sagen. Das ist ein bisschen kurz hier auch mein Sample. Zurückfahren. Und ich kann das auch hier hinten rausfaden. Das siehst du jetzt hier. Das heißt, wir haben erst den Effekt und dann schwillt der Effekt langsam ab. Das hört man jetzt nicht richtig, weil es so ein kurzes Sample ist. Also hier hast du sehr viele Soundformungsmöglichkeiten über diese Modulationsmatrix. Wenn dich das interessiert, dann schreibst du mir mal in die Kommentare, dann mache ich da nochmal ein genaueres Video dazu. Ich finde jetzt, diese Möglichkeiten sind zum EX-S24 ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du dich für mehr neue Features vom Logic 10.5 Update interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall diese Videos. Hier ist eine komplette Playlist, wo du dir die neuen Videos anschauen kannst, neue Tutorials zum Logic Update 10.5. Wenn du mehr Mixing-Tipps möchtest, dann empfehle ich dir mein PDF, die zwölf wichtigsten Mixing-Tipps. Das habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Es wird weitergehen mit neuen Tutorials zum Logic 10.5 Update. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da oder im besten Fall ein neues Abo. Ich sage tschüss, bis dann. Ich sage tschüss, bis dann.